...Gemeinheiten und Cringe-Szenen entstehen, wo du einfach nur ragen kannst. Und das klingt nach etwas, was sehr gut zu mir passt und deswegen probieren wir das jetzt mal auf. Ich gehe jetzt doch zurück, weil die Wippe irgendwie die ganze Zeit auf der Stelle bleibt. Hä, hat er ein Disconnect? Ja gut, umso besser. Nein, was? Haben alle gerade ein Disconnect? Oh, come on, nein. Guckt euch das an. Ist ja was gemein. Wenn du da im falschen Moment kommst, dann lass mich in Ruhe. Hä, wieso kann der mich packen? Der ist einfach zwei Kilometer weit weg! Genau, also wer ganz nach unten... Nein! Nein! Was? Ich kann es von dem einen auch nicht klauen, weil ich meinen noch hatte. Okay, habe ich das auch schon wieder falsch verstanden? Ich dachte, man könnte mehrere Schwänze auf einmal sammeln. Aber es geht halt darum, dass du deinen einfach behältst und wenn du einen verloren hast... Yes! Wenn du einen verloren hast, dann musst du dir wieder einen klauen. Ich habe es verstanden, Chat. Okay, okay. Sind wir Barcelona oder was? Das war's. Das war keine Chance. Na holen. 7-1 wieder Brasilien. Stimmt. Ja, na klar! Deine Mutter! Andere Tür aus, ne? Alle verlassen sich jetzt drauf, dass sie es schaffen, wenn sie jetzt einfach nur durch die richtigen Türen gehen. Mann! Mann! Halt ... Und wenn ihr in meinem eigenen Garten... ... bin ich gerade in Scheiße getreten... ... woher kommt das? In meinem eigenen Garten trete ich in Scheiße. Was?